Ich glaube, das ist für uns wirklich so der einzige Funken von Hoffnung, die in dem ganzen Drama, in der Tragödie, in dem wir erleben mussten, ein so junges Leben zu verlieren, eine Hoffnung gibt, die einem auch eine Zuversicht gibt, dass es fünf Menschen jetzt in seinem konkreten Fall gibt, die noch leben, besser leben, weiter leben. In unserer Enquête, wir haben uns gemerkt, dass die Anforderung des Organes nicht die Schmerzen der Familien veröffentlicht, das hat nicht unbedingt eine Influenz. Und in einem zweiten Jahr, wir haben uns gemerkt, dass die Anforderung des Organes eine gewisse Emotionen bei den Familien veröffentlicht, wie die Rekonnaissance, die Fierté und die Interesse. Die Ruhrgruppe soll freiwillig sein für alle Leute, die jemanden verloren haben, die die Organe gespendet haben, dass sie auch nach einer Organspende aufgehoben sind, dass sie geträgt werden und verstanden werden. Ich Mensch, ich maine informat arbitraال. Und das ist's für heute und jetzt wird's sein. Alles klarbe practiced. Ich hab dich nicht ganz bloß gemacht, Was re adequiert, aika nicht mehr gut,